willkommen zurück zu rocket league mit und fuba so weiter geht's mit der freudschaft spielen ja damit wir ein erfolgserlebnis haben ja in unserem verfuckten leben ja hau rein da habe ich schon läuft 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 da oder läuft das war ein bisschen aufpassen muss aufpassen du hast doch so hat er eine bierflasche schade du hast gar nicht meine finger an der testator so die spielen sich hier selber aus ich ja nein nein chancen tot ich spiele nach vorne mach ich war zwar anders gedacht aber nur das ist das gegentor oder auch nicht oder auch nicht hihihi schön verarscht habe ich die und ich auch mist ich häng hier und wie immer an dem an der latte ja da häng ich auch wieder dran nein tue ich nicht ich nicht ich nicht hab ihn also schnell komme ich nicht hin ja wieder erforscht alter wir haben noch kein toll gemacht was denn da los gut spannend hier Oh, jetzt ist eh einer raus. Oh, ich auch. Ui, wo kommt der denn her? Das KI. Viper ist der KI. Ja. Oh, Entschuldigung. Sag was. Sag was. Ja, mach ihn doch rein. Wieso? War doch wie geplant. Eigene Tor. Nein. Nein. Das ist immer easy. Wir haben alle Spiele gewonnen bis auf eins. Und jetzt. Jetzt fangen wir an. Handicap reicht jetzt. Du fährst. Oh, schön. Der kommt sogar. Ja, das heißt doch. Handicap reicht. Das sind immer undankbare Bälle zum Abwehren. Finde ich. Wenn die so springen. Wenn die so hoch reinkommen, ja. Und wenn du noch einen hast, der fliegen kann und dann noch angeschossen kommt. Und dann bin ich doof. Ja. Oh, bin ich doof. Oh, bin ich doof. Scheiße. Nein, der rollt rein. Nur weil du so doof bist. Sehr gut, komm. Jetzt müssen wir es in Konzentration haben. Er fährt auch nur hin und her. Ich sehe. Ja, ich wollte dich nicht im Weg stecken. Du fährst. Oh, schade. Das wäre... Oh, oh, oh. Jetzt will er zeigen, wie was er kann, ne? Wer denn? Du. Ich habe keinen Boost. Ah, Mist. Nein. Ah, fast. Oh, der hat jetzt Vollboost. Ach, Mann. Mitte. Oder auch nicht. Zurück. Schön. Warst du gerade vorne beim Tor? Natürlich. Boah, du hast doch gesagt, der kommt vor. Das war ja schon wieder ein paar Sekunden her. Nein. Was machst du denn? Ich habe die anderen geblockt. Na, fuck. Noch ist die Chance da, noch ist die Chance da. Ja. Ist schön. Hab die mal ein bisschen verwurrt. Ich habe Ablenkungsmanörei gemacht. Pass auf, ich komme jetzt angeschlossen. Siehst du, die konzentrieren mich jetzt nur für mich. Die sehen den Ball gar nicht. Oh, Mist. Scheißabwehr. Richtig beschissen. Sehr gut. Den hat einmal kaputt gemacht, ne? Oh, Gott. Scheißabwehr. Oh, oh. Oh, shit. Sehr gut, sehr gut. Und Parade sogar, hey. Oh, nein. Ja, mach ihn weg. Oh, ich kriege keine Parade, oder was? Ich will mich verarschen. Unsere zweite Verlängerung, würde ich mal sagen. Ja, nicht, wenn wir noch einmal. Du fährst. Oh, kacke. Den einen abgeblockt. Oh, kacke, kacke, kacke. Was mache ich denn? Oh, gut. Den Eimer abgeblockt. Fahr, 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 fahr. Schade. Oh, fuck. Ich habe geboost. Nein, wieder abgeblockt. Mitte, Mitte, Mitte. Nein. Ah. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Ja, er geht fast. Oh, scheiße. 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 Oh, Mann. Scheiße. Ach, nee, nee, nee. Gegen Profis muss ich hier spielen, oder? Gegen Lorenzo. Mit so einem schwulen Hut auch noch. Mist. Ich will eine Revanche, ey. Kann ich wahrnehmen. Toll. Pisser. Hol die einfach ab. Diese Pisser. Hattest du Schüsse hier? Hattest du Schüsse hier? Hattest du top sind, ey. Mann, er ist so lack, 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 lack. Lack, lack, lack. Lack, lack. Lack, lack. Lack, lack. Regenbogen. Du fährst. Hm, schon wieder PS4, Dinger. Gabo. Gabagandalf. Alter, kannst du mir auch mal Gas geben? Warum? Hm, die können ein bisschen mehr, glaube ich. Hm, die können ein bisschen mehr, glaube ich. Hm, gosh. Nein, nein, nicht haken. Oh, nein. Ja. Oh. Ups. No, scheiß Ball verarsche. Ja, fuck. Ehh. Das war fast professionell. Hattest du das dumme Gefühl? Das werden wir richtig verkacken. Du fährst? Ja. Oh, der Arsch. Alter, der Arsch. Nein. Okay. Oh. Oh, scheiße. Deine Chance. Oh. Nein. Ich hab dich erschreckt. Ich hab dich erschreckt. Kommst mit dem Druck nicht klar. Nee, nee. Ich hab dich erschreckt. Bist alleine hinten? Das ist aber schmer. Ich komme. Ich hau immer vorbei. Bei mir ist die Luft raus. Jetzt, 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 rechts ein. Ich weiß doch gar nicht wie. Springen und rechts klicken. Wo? Nicht schon wieder so ein Ball, ey. Mann, so knapp. Ich glaube, jetzt die Luft raus. Du fährst. Schön. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich bin leider hinten. Nein, oh, wie dämlich. Lol. Oh. Ich fahre hier erstmal ne Runden rückwärts. Yeah. Jetzt holen wir auf hier die Luft. Oder wir verlinken jetzt noch 1-7. Ich mache ihn kaputt. Oder so, ja. Er hat da keinen Boost mehr, oder? Ich fahre. Nein! Oh, das war die Chance. Nein! Und hat mich verarscht. Oh, gut. Gute Abwehr. Gute Abwehr. Lol, wie macht denn der das? Er fährt von der Seite und dann rückwärts. Dann kannst du rückwärts auch springen. Ja, der kommt gut für dich. Ist er drin? Ist er? Oh. Nee. Ich weiß nicht, warum, aber der ist irgendwie voll woanders in die Flur, als ich schossen habe. Du fährst. Ja. Yeah. Yeah, Baby. Ich habe nur gut vorgelegt, da war. Da. Entschlackt und dann. Dang. Zum Flachschießen muss man kurz vorher springen, ja? Ich bin, glaube ich, in dem Fall gar nicht gesprungen. Dann bin ich noch aufgehobbelt durch irgendwas, aber ich bin nicht gesprungen. Eigentlich. Oder ich merke es nicht. Okay, noch 25 Sekunden. Na, Mist. Ja, gut, gut, gut. Ja, ich weiß. Das war ich gar nicht. Ich lobe den Gegner. Shit. Komm. Ich komme. Oh, den hätte ich reingemacht. Noch in der Luft? Oh, den hätte ich reingemacht. Oh, zwei Niederlagen jetzt in Folge, ey. Fuck. Oh, wie schreibe ich denn hier? Das gibt... GG. Du, GG. Ich schreibe GG. Hey, Spitzel, bedanke mich. Oh. Oh, du baust es von Spielzuspielen ab, ja. Tatsch gleich. Tschüss. Tschüss. Spitze, bedanke mich. Tschüss. 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 Tschüss.